jetzt ist was ich auf der Aufnahme doch es lebt das das lebt es lebt so kann ich nicht spielen ich zeig dir mal wie das Fenster und draußen als er bis der Kreis ist gar nicht rechtzeitig Autos ausweichen oh mein Gott Achtung Achtung ich sehe gar nicht das überhaupt hier ein Auto hinterher kommt und jetzt war weiter garantiert Fahr weiter weißt du brauchst so ein derben Crash und dann steht er da und da ist mit Z nein ich bin zwar gewöhnt bei Lägen zu fahren ich sehe überhaupt nicht so mega arme Sau schon wieder fahr weiter wie geil probieren wir uns diesmal mit Skype nein ich werde jetzt Schraps heiß laufen lassen es legt so der Bob ist das auch bei der Aufnahme das sehen wir dann ich fahr frontal gegen die Wand sehr schnell ich hole mir wieder meinen Panzer der fährt sich viel besser der fährt zwar nicht so schnell aber ich mag Panzer? es ist kein wirklich ein Panzer aber ich nenne ihn gern Panzer weil du kannst mit der Geschwindigkeit einfach gegen ein Auto fahren und du überlebst es ganz aber das Auto ist wenig schnell ich mag los Fahr weiter das siehst du ein bisschen spät also du guckst sie auch nochmal an nein kein Oh Gott, siehst du das spät NelsonWay ών N-m-m-m-m-m-m. So, jetzt sehe ich irgendeinen Reifen und du fährst, knallst nirgendwo gegen. Totalschaden. Oh Gott, siehst du das spät? Ich fahr genau in diesem Moment gegen ein Auto. Das siehst du wahrscheinlich erst in zwei Minuten. Moment, ich guck's mir an, ob du gegen ein Auto fährst. Gegen ein blaues hat er einen Totalschaden. Ich fahr jetzt weiter zum Junkyard. Du hast keine Ahnung, was der Junkyard ist. Nein. Nein, ich darf nicht gegen dieses... Das Auto ist in die falsche Richtung ausgewischt! Was soll der Kack? fahr weiter die er hat er war gerade ein werbeschild zwar jetzt in den Junkien jetzt hat sich die Kisten zu erfahren jetzt müssen es heißt ich sehe nichts Wurst okay steht gerade bei mir zum nächsten Tanz jetzt ist jetzt sehe ich irgendwie wie du gegen ein Auto gegen Platz total schaden okay das dauert ja übelst lang ich bin okay Timo aus gleich Matze ich bin der Panzerfahrer Timo werden kannst du nicht mehr zu gucken die jetzt hat man jetzt auf sein immer so stark ich halte noch ein paar du pausierst und der aufs geht es auf Skype und es macht ein total Schaden und dann als er es läuft weiter ich hatte gerade keine Motorgeräusche nein ich darf da nicht lang fahren das lag gerade ein verdammt schlechter Handbremsen Drift Handbremsen Handbremsen Drift Handbremsen Fahr Richtung Innenstadt da gibt es wieder Autos die du zerstören kannst da ich komme noch mal meinen Kanal an ist es so zu machen ich habe es zu passen als Brust und Brot leider nicht und wenn ich es hätte weiß ich nicht ich habe 21 Jahren noch eine Füße gekommen ein paar die 24 Filme mit diesem Crash möchte ich mich von euch verabschieden ich stelle mich mitten auf die Straße und auf dem Highway die Fahrt nach Höhe des Haares Abo dann käme mit der Idee Aros Punkt die Ausrufezeichen gut du hast doch abgeprenzt es ist okay ich gehe jetzt auf Sky hoffentlich die Aureln die Zinskauf meine Böeber und denn die denn die denn die denn die es ist der ich darf nur in der Welt und kräftig wenn er hat er da ist das ist noch mal was war das aber ich muss die Aufnahme mit mit F9 so ich die Aufnahme beendet jetzt dürfte es aufwärts zu legen Jetzt gucke ich auf den Test-Problem mit der Internetverbindung. Noch da? Burn dich. Ja, weil... Jetzt höre ich dir. Ja, weil alles abgebrochen ist. Hallo. Okay, jetzt gucke ich auf den... Okay, meine Maus tut gar nichts mehr. Burnout Parrot... Jawohl. So, ich zeige dir... Wenn du es annimmst... Ja, warte, ich muss... Wenn du Burnout Parrot das annimmst, dann zeige ich dir, wie es bei mir aussah. Mein Computer muss ich jetzt erst mal dran...